Am 15. Oktober 2023 erlebte Kopenhagen ein außergewöhnliches königliches Ereignis, als Königin Margrethe ein prunkvolles Gala, den er veranstaltete, um den 18. Geburtstag ihres Enkels, Prinz Christian, zu feiern. Unter den prominenten Gästen befanden sich Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen, begleitet von Prinz Hakong, und Kronprinzessin Mette Marit. Die Nacht war geprägt von bemerkenswerten Höhepunkten. Der Mittelpunkt des Ereignisses waren die eleganten Kleider der beiden Prinzessinnen. Ingrid Alexandra trug ein atemberaubendes Kleid, das ihrer Mutter gehörte und erstmals im Jahr 2011 bei der Hochzeit von Albert und Charlene von Monaco getragen wurde. Dieses blaue Kleid wurde zu einem ikonischen Stück und die Wahl zeigte eine bedeutende Verbindung zu ihrer Mutter. Mette Marit beeindruckte alle mit ihrem hellblauen Outfit, ergänzt durch eine Tiara und eine passende Scherpe. Die Farbkombination und der raffinierte Stil machten sie zu einem strahlenden Anblick an diesem Abend. Die Veranstaltung war voller Eleganz, mit glänzenden Roben und funkelnden Diademen, die den Reichtum der königlichen Tradition unterstrichen. Doch der wahre Höhepunkt des Abends war die visuelle Harmonie zwischen den beiden Prinzessinnen, die wie ein perfektes Paar strahlten und der Feier eine besondere Not verliehen. Ihre Anwesenheit fesselte die Aufmerksamkeit aller und machte sie zu den unumstrittenen Stars der Nacht, die die Erinnerung an diesen einzigartigen Anlass bewahrten. Emanwesen Emanwesen Emanwesen